Vielleicht habt ihr schon den Titel gelesen, denn ich brauche eure Hilfe und das liegt genau daran, dass ich in letzter Zeit einfach nicht wirklich viele Videoideen habe, deshalb kommen auch nicht so viele Aktivvideos, die kommen meistens so einmal in der Woche, jetzt aktuell nur so alle zwei Wochen, weil ich einfach keine Ideen habe und deshalb auch keine Motivation, ja und deshalb würde ich euch fragen, ob ihr vielleicht Ideen habt, was ich denn für ein Video machen könnte. Schreibt gerne ganz viele Ideen rein, damit ich auch noch für die nächste Zeit Ideen habe, am einzigen Video, was ich gerade am Arbeiten bin, ist das 3 Jahre Special, da mache ich so eine kleine Dokumentation, wie das alles angefangen hat, hier jetzt mit YouTube und Playmobil und ja, schreibt viele Ideen rein, ich bin gespannt, tschüss.